Im folgenden Film wird ein sogenanntes E-Portfolio vorgestellt, wie es im Studiengang Physiotherapie an der Berner Fachhochschule eingesetzt wird. Mit dem E-Portfolio werden alle Studierenden individuell durch ihr Studium begleitet. Alle Ergebnisse der persönlichen Leistungsnachweise sowie die Rückmeldungen werden damit übersichtlich in einem elektronischen Dossier dokumentiert und bewirtschaftet. Das hier präsentierte E-Portfolio trägt den Namen WebTools. Die Entwicklung wurde im Jahr 2004 nach einer Idee von Markus Schenker von Dr. Nick Lüthi in Angriff genommen. Bis Anfang 2007 wurden die WebTools laufend an die neuen Anforderungen angepasst. Aktuell besuchen rund 350 Personen den Studiengang Physiotherapie an der Berner Fachhochschule. Jährlich steigen ca. 60 neu ein. Im dicht gepackten Studiengang sind die Anforderungen hoch. Regelmäßiges Überprüfen von Wissen und Können in kurzen Abständen ist Teil des didaktischen Konzeptes. Ergebnisse und Erkenntnisse zu den Studienleistungen werden in den WebTools laufend festgehalten. Jede Studentin und jeder Student wird während des gesamten Studiums von einer Mentorin oder einem Mentor begleitet. Die individualisierte Begleitung ermöglicht differenziertes Feedback aufgrund persönlich gesetzter Lernziele für jeden Studienabschnitt. Die Resultate aus verschiedenen Kompetenznachweisen sowie deren schriftliche Reflektionen bilden das Fundament der Studienbegleitung und werden in den WebTools dokumentiert. Die folgenden Kompetenznachweise bilden die Grundlage von Begleitung und Beurteilung und werden flankiert von regelmäßigen Mentoringgesprächen und individuellen Reflektionen der Studierenden. Die Testfragen Jede zweite Woche müssen die Studierenden ein Set von Fragen zum aktuellen Stoff auf der Online-Testumgebung beantworten. Damit wird die kontinuierliche Festigung des Grundlagenwissens verfolgt. Die Test-Checklisten In Dreiergruppen arbeiten die Studierenden wöchentlich selbstständig eine Checkliste durch. Dabei werden anhand der Liste physiotherapeutische Behandlungsabläufe geübt, gefolgt von gegenseitigem Feedback. Das Kommunikationstraining Die Studierenden erhalten während der gesamten Ausbildung ca. 11 Kommunikationstrainings. In Zweiergruppen unter Führung professioneller Trainer. In zwei 20-minütigen realitätsnahen Situationen wird ein Patient vom Kommunikationstrainer dargestellt. Eine Studentin agiert dabei als Therapeutin, die andere beobachtet die Situation. In der zweiten Sequenz tauschen die Studentinnen die Rollen. Die aufgezeichneten Sequenzen werden anschließend gemeinsam analysiert. Und die agierende Studentin erhält ein differenziertes Feedback. Pro Training wird eine gute Stunde benötigt. Die Tutorien Im Sinne des Problem-Based Learning analysieren die Studierenden komplexe Fälle in Diskussionsgruppen, die von ihren Mentorinnen begleitet werden. Die Studierenden werden individuell beurteilt hinsichtlich dargebotener Fach- und Sozialkompetenz. Die Beurteilung basiert auf individuellen Lernzielen, die im Mentoringgespräch vereinbart wurden. Die Praxis an Praxisorten Auch die praktische physiotherapeutische Tätigkeit der Studierenden wird begleitet. Dazu werden sie an den Praxispartnerinstitutionen nach vorgegebenem Schema in fünf Leistungsbereichen beurteilt. Die OSCE-Tests, die Objective Structured Clinical Examinations, sind Semesterprüfungen. An einem bestimmten Tag absolvieren alle Studierenden nach vorgegebenem Plan eine Art Postenlauf und müssen sich an jeder Station in realitätsnahen Situationen als Physiotherapeutinnen und Therapeuten bewähren. Auch hier sind Kommunikationstrainer als standardisierte Patienten im Einsatz. Die Situationsbewältigung der Getesteten wird durch Fachpersonen beurteilt und auf Beobachtungsbogen festgehalten. Auf das hier vorgestellte E-Portfolio können alle Beteiligten über das Internet zugreifen. Die Web-Tools sind außerdem passwortgeschützt. Durch diese Authentifizierung ist eine eineindeutige Vergabe von Rechten und Rollen möglich. Die Studierenden können nur auf ihre eigenen Daten zugreifen. Den Lehrenden sind nur Daten von Studierenden zugänglich, welche sie betreuen. Ein wichtiger Sektor von Web-Tools ist der Online-Quiz-Teil. Dieser erlaubt es den Lehrenden, Fragen unterschiedlichen Typs für webbasierte Tests zu erfassen. Nach erfolgreichem Login erhalten die Studierenden als erstes eine Übersicht über die aktuell zu beantwortenden Fragesets des Online-Tests. Die abgeschlossenen Fragesets können jederzeit wieder aufgerufen werden. Jede Frage kann von den Studierenden in einem Diskussionsforum kritisch kommentiert werden. Wir sehen hier nun die Ansicht der Dozierenden auf das E-Portfolio. Die Wahl einer Kohorte respektive eines Kurses mit der anschließenden Wahl einer Studentin oder eines Studenten sowie die Auswahl einer bestimmten Periode oder eines Semesters eröffnet die entsprechende Übersicht. Links in der Navigationsleiste finden sich nun alle Verknüpfungen zu den verschiedenen individuellen Kompetenznachweisen sowie den Sektoren für Reflexionen und Gesprächsprotokolle. Die einzelnen Bereiche werden nachstehend nun kurz erläutert. Die Testfragen können einerseits unter Aufsicht beantwortet werden. Das heißt, die Studierenden sitzen während des Tests überwacht in einem Zimmer. Nach Abschluss haben sie keine Möglichkeit mehr, die Antworten zu bearbeiten. Andererseits können die Fragen während des sogenannten freien Arbeitens in einem definierten Zeitfenster ohne Aufsicht beantwortet werden. Da die Fragen dem Selbsttest dienen, wurden die Studierenden angehalten, keine Literatur zu Hilfe zu nehmen. Oben ist die Gesamtübersicht der ganzen Periode ersichtlich. Unten die Auswertung der einzelnen Testsets. Die Darstellung erfolgt in Form eines Boxplots und macht einen Vergleich der eigenen Leistung mit der Kohorte möglich. Für die Test-Checklisten arbeiten die Studierenden zu zweit und füllen selbstständig eine Checkliste zum aktuellen Behandlungsauftrag aus. Das Punkteergebnis wird von den Teams selber in das eigene E-Portfolio übertragen. Auch hier sind die Resultate im Vergleich mit der Kohorte sichtbar. Kommunikationstraining Im Anschluss an das gut einstündige Training müssen die Studierenden im E-Portfolio eine Reflexion aus ihrer Sicht als Therapeuten erfassen. Sowie aus Sicht der Beobachter ein Feedback für den Trainingspartner schreiben. Beide Einträge werden durch Psychologinnen nach vorgegebenen Kriterienraster bewertet und im E-Portfolio dokumentiert. Tutorium Die Mentorin definiert für die Studentin den individuellen Leistungsnachweis und beurteilt diesen im E-Portfolio primär nach zwei Kriterien. Selbststudium und Denkprozess erfüllt oder nicht erfüllt. Interaktion in der Gruppe erfüllt oder nicht erfüllt. Das Ergebnis pro Beurteilungsperiode wird im E-Portfolio erfasst. Reflexionen und Lernziele Die Studierenden bestimmen anhand von Leitfragen selber, ob sie die vorgängig definierten Lernziele des aktuellen Semesters erreicht haben oder nicht. Daraus folgt die Definition weiterer individueller Lernziele. Diese Reflexionen werden direkt im E-Portfolio eingetragen. Mentorengespräche Mindestens einmal pro Semester findet ein Gespräch zwischen Studentin und Mentorin statt. Hierbei werden der individuelle Lernfortschritt bezogen auf die Lernziele diskutiert und die weiteren Lernschritte beschlossen. Das Mentorengespräch wird ebenfalls im E-Portfolio protokolliert. Feedback Alle Dozierenden können den Studierenden nach Bedarf individuelle Rückmeldungen geben, welche schriftlich in den Web-Tools festgehalten werden. Praxisbeurteilung Die Ergebnisse der Beurteilung in den fünf Leistungsbereichen werden laufend im E-Portfolio dokumentiert. Die durchschnittlichen Ergebniswerte pro Leistungsbereich sind getrennt ersichtlich. OSCE-Tests Die Leistungen aus den OSCE-Tests werden ebenfalls in die Web-Tools eingetragen. Auch hier sind in der Übersicht die Bewertungen in den verschiedenen Bereichen gesondert als Durchschnittswerte aller Beurteilungsbogen aufgelistet. Die Portfolioprüfung Die abschließende Gesamtüberprüfung der Lernnachweise erfolgt in einem standardisierten Ablauf in mehreren Schritten. Schritt 1 Hat ein Student alle Leistungsnachweise erbracht, so ist er bereit zur Portfolioüberprüfung und eröffnet den Prozess. Die Mentorin erhält dadurch automatisch eine Hinweis-E-Mail aus den Web-Tools. Schritt 2 Die Mentorin erfasst schriftlich ihre Einschätzung des gesamten Portfolios. Wird diese abgeschlossen, so schickt Web-Tools eine Hinweis-E-Mail an den Studenten. Schritt 3 Der Student gibt sein Einverständnis über die Einschätzung ab oder erbittet deren Überarbeitung. Schritt 4 Nach Einigung zwischen Student und Mentorin beurteilt das Ressort Qualifikation das abgeschlossene Portfolio und gibt die Schlussbewertung oder allfällige Auflagen bekannt. Der fünfte Reiter ist für die Studierenden nicht sichtbar, da er eine Gesamtübersicht zum Lernfortschritt aller Studierenden bietet. Mit der Exportfunktion kann der gesamte Portfolioinhalt einer Beurteilungsperiode in eine PDF-Datei exportiert und damit mühelos ausgedruckt werden. Schritt 4 Untertitelung des ZDF, 2020